home sweet home einen wunderschönen montag ein sich hat heute frühdienst und jetzt geht's auf einmal rücken zerlegen let's go ich wünsche ihnen einen schönen tag und hoffe ihr hattet ein schönes wochenende das hier geht raus an alle die nur scheiße reden an alle die die verkackt haben in ihren leben die immer da sind sobald es etwas gratis gibt die außer sich selber niemals eines nächsten liebt die nur darauf warten dass sich alle anderen melden feiern nur sich selbst und sind ihre eigenen helden sobald sie hilfe brauchen sollst du um dein leben laufen doch brauchst du selbst mal was wartest du nur ewig krass wartest doch ewig lang bis er mal ne antwort kommt doch wollen sie selbst mehr antwort wollen sie diese schnell und prompt wollen immer dass du hilfst sobald sie mal probleme haben doch hast du selbst probleme sagen sie nur nicht verzagen du bist doch groß und stark junge man das schaffst du schon natürlich schaff ich das ich hab doch keine option auf leute wie dich kann man sich echt nicht verlassen ich hab's probiert danach war ich einsam und verlassen auf leute wie euch kann ich wirklich gern verzichten mach ruhig weiter so ihr werdet euch schon selbst vernichten seid egoistisch und einfach nur schwer selbst verliebt lebt euer leben so als ob es sonst hier keinen gibt